Die 65. Internationale Gartenbaumesse Tulln präsentierte sich dieses Jahr als blühende Kunstgalerie. Mit 200.000 Blumen wurde eine ganze Halle auf Europas größter Blumenschau von den besten österreichischen Gärtnern und Floristen unter dem Motto blühende Kunstgalerie in eine einzigartige Blütenpracht verwandelt. Die internationale Gartenbaumesse hier in Tulln hat für die Gärtner einen ganz besonderen Stellenwert. Hier finden die Gärtner ein Riesenpublikum an garteninteressierten Menschen. Das wird quasi der Fokus hier von allen Garteninteressierten. Wenn man gerade Publikum Kunden akquirieren möchte, dann ist man hier einfach genau richtig. Ja, also die Tullnermessestadt, für uns ist es ja die Blumenstadt Tulln, wurde auch schon international mit Goldmedaillen ausgezeichnet, weil sie eben so eine wunderschöne Gärtnergott hat und das Ganze jetzt auf dieser Messe verdoppelt sich natürlich. Österreichs größter Gartenevent, die internationale Gartenbaumesse Tulln, konnte in fünf Messetagen trotz Dauerregens beachtliche 94.321 Besucher begrüßen. 530 Aussteller aus elf Nationen zeigten, was das Gärtnerherz höher schlagen lässt und präsentierten alle Trends für den Garten. Blumen, Pflanzen, Obst, Gemüse, Tipps zur Planung des eigenen Gartens, Gartenmöbel, Pools und Wellness. 9000 Quadratmeter Sonderschauen zeigten die Vielfalt und Möglichkeiten der Gartengestaltung und begeisterten Hobbygärtner und Gartenprofis. Von der traditionellen Gemüseschau im Garten der Sinne über die Obst- und Gemüseschau der Landwirtschaftskammer Niederösterreich mit Gartenschere und Blumendraht, der Sonderschau vom Pflanzenland Praskatsch, der Apfel des Kaisers bis hin zur beliebten Rosenschau vom Gärtner Starkel, bunte Paradiesvögel sowie der Sonderschau vom Kittenberger Erlebnisgärten. In unserem Garten blühen wir auf. Für uns ist diese Messe extrem wichtig. Seit über 30 Jahren sind wir dabei. Ich denke, wir können uns es gar nicht leisten, nicht dabei zu sein. Es ist auch schön, wenn wir in Österreich eine Gartenbaumesse haben und diese Top-Gärten auch dabei sind. Die 66. Internationale Gartenbaumesse Tulln findet von 29. August bis 2. September 2019 statt. Am besten bereits jetzt schon im Kalender rot markieren. 1. August bis 2 . 3. Jahrhundert 3. Jahrhundert